wenn ihr wissen wollt wie ich diese leckeren hot dogs hergestellt habe dann einfach jetzt aufpassen man nehme backbrötchen sonntagsbrötchen man rollt sie aus witzigerweise hatte ich nur eine flasche zur hand so hier kommen sie einfach noch mal dann am besten alle zutaten hinzufügen die so gewünscht sind bei mir war es mario hot dog soße bisschen senf und bisschen ketchup gewürzketchup dann natürlich den käse nicht vergessen das irgendwie oben versuchen zu schließen so wie ich das gemacht habe und dann einfach aus backblech und dann öffnet sich der spaß